Ja hallo Schnuggis, also bin saunervös, heute ist wieder ein Versuch. Wir gehen auf die Straße. Ziel ist es, neben dem Ziel, dass man natürlich ein bisschen Leute klickt, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und das aufzunehmen mit Kamera. Ich bin mega nervös und bin echt gespannt, was das jetzt wird. Gute Nachricht, nicht so kalt. Der Plan ist jetzt folgender. Ich rase jetzt mit der Trompete rum und halte das Schild hoch, okay? Bin mal gespannt, was passiert. Das hat keinen Schwein interessiert. Dann habe ich irgendwann an der Brücke halt gemacht, an dem Fluss. Hier ist das Bode Museum. Kennt ihr vielleicht? Aufgebaut. Gehen wir rein. Das hat die Leute interessiert. Das hat die Leute interessiert. Waren sie ja nett. Ich bin auch älterig. Ich bin auch älterig. Und das eigentlich heftige Leute war, dass plötzlich einfach von der Seite mein Bruder angefahren kam. Ey Bruder, was geht? War krass die Überraschung wieder. Ja krass. Jetzt richtig habe ich jetzt gerade mein Bruder plötzlich vorbeigekommen. Sag mal hallo Lieben. Jo, es geht. Geil. Hat mir so ein bisschen, also das Schild hochgehalten. Hat auch Insta-Stories gemacht. Ein bisschen Kohle habe ich auch verdient. Ich habe verschiedene Leute getroffen. Zum Beispiel eine alte Frau. Aus England. Danke, vielen Dank. Aus Liverpool. Aus Liverpool. Aus Liverpool. Gelernt habe ich, dass nicht nur die Beatles, sondern auch Football aus Liverpool kommen. Wusste ich bisher nicht. Wusste ich bisher nicht. Allerdings keine Ahnung, ob sie jetzt Football oder American Football. Ich glaube sie meinte unseren Fußball. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.